So los geht's, erstes Ziel heute Pollux, danach über den Castor rüber zur Hütte. Wir sind heute von Zermatt gestartet mit der Bahn hoch und starten jetzt hier auf dem Gletscher. Seilschaft ist da, haben jetzt 15 Meter Abstand mit Bremsknoten zwischen uns, sind heute zu zweit unterwegs. Panocheck ist gemacht, also wir können starten. Musik 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 Oh, was für eine geile Sicht gleich. Musik 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 Da ist man noch über oben am Grat, da würde ich lieber ein bisschen langsamer gehen. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018